Hallo und herzlich Willkommen zu der 21. Folge von Let's Play Deathbang! Thongs of Virtue. Ich befinde mich im Dschungel, direkt am außen aus und hier ist einer der Piraten. Ich weiß nicht wie ich den nie gesehen habe, aber ich glaube ich habe das Camp mal gesehen. Ich war also mal da, aber die Quest war noch nicht aktiv, also ne. Ich sehe ihn wieder. Okay, tatsächlich habe ich einen Piraten hier vergessen. Direkt in Scurbyville in dem Sinne. Zack! Damit haben wir die Schatzkarte und die wiederum müssen wir Captain Taint auch einfach geben können. Wahrscheinlich wird er dann sagen, die X-Insel und ich dann so. Was habe ich denn gesagt? Kann es eigentlich sein? Ich meine, ich bin jetzt schon mal hier, also kann ich einmal hier hoch gehen, aber da oben ist die Plattform gesagt. Ja, habe ich doch gesagt. Okay, aber ja, das sind schon mal die zwei Piraten. Die Quest ist also auch so gut wie abgeschlossen. Nehme ich mal an. Aber ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es als Nachfolge-Question ist, direkt gibt. Ja, dann hol mal den Schatz auf. Greetings, Captain Taint. Ahoy, matey. I've liberated your treasure map from your mutinous crew. Now's all I need to do is join ye pieces of the map together. Need any help with that treasure map I found for you? Aye, with me map unjigged, I can finally find me treasure again. Haha. Ah. Ah. That'd be interesting. But not completely unexpected. The treasure is on... cliche island. Arrgh, I'll get ye treasure back. Eh, better. But keep working on the accent. Also... Das hätte ich tatsächlich jetzt nicht erwartet. Gebe ich zu. Ich hätte wirklich gedacht, dass dieser Schatz auf X-Island sein würde. Aber Klischee island, na gut. Wenigstens... Das ist der eine Vorteil. Wir wissen, wo Klischee island ist. Ach so. Na, da bin da. Für einen Moment habe ich gedacht, das wäre schon gewesen. Aber ne, das war das. Ja, passt doch. Notiz. Notiz ist nicht gut. Ja. Ja. Mit anderen Worten... Es war mal hier. Es war mal hier der Schatz. Aber jetzt ist der Schatz auf X-Island. Ha. Also schlussendlich ist er doch da, wo ich erwartet habe. Nur aus anderen Gründen. Naja. Warum auch nicht. Jetzt ist alles voll mit dem Piraten. Dann. Naja. Warum nicht. Ja. Vielleicht hab ich schnell geschossen hier. Die alle so. Ha. Wir sind Piraten. Wir können total gut die Dinger mehr machen. Das ist sogar ein Piraten Captain gewesen. Captain Taint. 16 Dollar. What. Ich mein, jetzt kriege ich das Super Spilling Tomahawk. Im Gegensatz zu dem Mega Tomahawk, was wir schon lange haben. Großartig. Einfach großartig. Ob das jetzt schneller ist. Naja. Ich probiere es einfach mal aus. So. Was hab ich jetzt mein Leben aufs Spiel gesetzt für 16 Dollar. Na gut. Warum nicht. Ja. Die ganzen 16 Dollar. Lasst mich. Das zählen. Alles klar. Ja. Das ist halt im Quest der Taking Tree. Wir haben jetzt 155 Quests erledigt. Die fehlt noch. Ich seh euch also gleich wieder, wenn ich die Flagge gefunden habe. Ein bisschen rumteleportieren. Und das ging schnell als erwartet. In der Oase habe ich das Ganze vergessen. Na gut. Ich mein. Das ist immer so die Sache mit dem Winkel, ne. Wo. Von wo ich da hinkomme. Das war nie der richtige Winkel dafür. Okay. Das heißt, die Quest können wir jetzt abgeben. Dann gehen wir zum DLC-Gebiet. Und danach. Äh. Naja. Ende des Spiels im Prinzip. Das was sie gesagt hat. Keine Ahnung. Level 21. Kein Kampf ist zu gefährlich für das Behängen. Ja. Kämpfer der Kämpfe. Ich weiß nicht, ob das wirklich alle Karten sind. Aber der Punkt ist. Jetzt haben wir alles in Awesomeness. Ja. Level 21 ist Max. Unvorstellbar. Und trotzdem sehr spezifische Macht ist hier. Außerdem kann man jetzt wieder unseren Tanger sehen. Was im Großen und Ganzen vom Spiel her sehr sehr sinnvoll ist. Sozusagen. Dass man unseren Tanger sieht. Ähm. Ja. Das heißt. Die letzte Nebenquest, die auf uns wartet, ist der DLC. Für den DLC gab es auch eine Trophäe. Äh. Ich glaube hier hin. Muss ich dafür. Aber nur einfach fürs Ende. Also im Prinzip. Ah du hast einmal durchgespielt und schön hast du gut gemacht. Sozusagen. Ist das sogar die Höhle? Ich glaube die andere Höhle. Ich glaube die andere Höhle ist das. Ich glaube die andere Höhle müsste es sein. Das Problem jetzt hätte ich wieder drauf geschossen. Wäre ich wahrscheinlich wieder selbst mit Flammen aufgegangen. Äh. Äh. Ja. Das dürfte die Höhle sein. Die Höhle in der ich. Äh. 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 Das merkt man allerdings in diesem Sinne nur daran, dass Level 18 wäre zu dem Zeitpunkt wo wir hier waren, wäre das mehr oder minder tödlich gewesen. Jetzt natürlich weitaus weniger. Jetzt passiert. Ich weiß nicht warum meine, äh. Mein Reha nicht funktionierte wie er hätte funktionieren sollen. Aber gut. Okay. Ja. Man merkt aber allein da drinnen. Das hier. Trotz meiner Übermacht in der Theorie die Gegner ziemlich schmerzhaft sind. Aber gut. Es ist ja auch eine Art Bonusgebiet wenn man das Spiel durch hatte. Könnte man auch sagen halt. Dementsprechend. Äh. Warum sollte es nicht wehtun. Ja jetzt aber. So kann das aussehen. Eistask. Wow. 140 plus 794. Juhu. Das einzige Problem ist, dass die Gegner glaube ich hier relativ oder fündlich irgend sowas sind. Aber abgesehen davon. Weg mit dem Flammenwerfer. Ups. Mit dem Korndock. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Antidimensionale Handschuhe. Beschrieben mit Ruhen die überhaupt nichts machen. Okay. Weiter geht's. Arktische Entdecker Handschuhe. Ja. Die sind tatsächlich nämlich hier besser. Also 130 gegen über 80 mit den Handschuhen. Plus Resistenzen gegen Eis. Und das obwohl sie Level 17 sind. ist. Also. Ja. Ich tausche halt jetzt mein Equipment nochmal aus. Warum nicht. nicht. Außerdem. Meist. Häschen. Ich meine auch Eishäschen sind nur Top-Stand-Gegner. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht ob ich den Knopf irgendwie blöde drücke. Aber ich krieg's nicht unbedingt immer hin. Die Feuer-Axe zusammen mit meinem Toma. Und zwar im Tipien. Keine Ahnung wie sie sind. Naja. Macht ja im Prinzip auch nichts. Aber. Es ist merkwürdig. Dass es nicht immer funktioniert wie ich es gerne hätte. Schon wieder nicht. Naja. Arktischer. Oh. Aus. Sehund. Naja. Ein interdimensionaler Helm der uns nichts mehr bringt. Aber. Dämonenarm-Dolch. Ein Dolch so mächtig dass du einen extra Arm brauchst um ihn zu tragen. Das ist auch eine Feuerwaffe. Dementsprechend ist an dieser Stelle die Axt jetzt völlig nutzlos. Und die Schultern sind halt nutzlos geworden. Die Schulterplatten sind perfekt um die niedergetrampelten zu retten. Aber ja. Jetzt haben wir einen Dämonenabend durch. Das ist äh. Das ist eine sehr interessante Höhle doch. Ja. Spinne. 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 Mann sind das viele Spinnen. Justice ist mal wieder ready. Oh ja. Das sieht doch besser aus. Wenn ich das vorzeitig abbreche, das ist was anderes aber. Arktische Entdeckermütze. Und ein Chicken Wing. Chicken Wing ist so ziemlich nicht das, was ich eigentlich im Mail rausgesucht habe. Diese Mütze ist mein Kopfschützer of Justice. Ich will Gerechtigkeit. Also ich weiß, dass es Gerechtigkeit heißt. Soll ich mir zu nicht sagen? Gerechtigkeit ist langweilig. Aber Justice. Das hat halt was. Und mehr interdimensionale Rüstungen, die mir absolut nichts bringen, aber auch beantworten sind es halt. Oh ja. Zack. Boom. Fängt. Ja, das war wieder nichts. Technisch gesehen eine große Sauerei war. Hey, was soll's? Viel besser. Muss es ja teilweise wirklich nicht mal lange machen. Das ist das ist Zeug jetzt. Das ist So viel dazu. Die Höhle geht's bald da? Ne. Und... Ah, die Höhle geht noch weiter. Verstehe. Verstehe. Ich mein, wär auch ein bisschen kurz für ein DLC, ich weiß. Alles Blatt, aber ich war damals so im Death Bank. Da hab ich wirklich ganzen DLC etc. gekauft. Das war super. Ich hab das Spiel zu einem Zeitpunkt entdeckt, wo ich glaube tatsächlich auch alle Spiele draußen waren. Also sind ja nur drei, aber es waren halt alle draußen. Dementsprechend konnte ich dann einfach direkt alle Death Bank Spiele gleichzeitig spielen, nicht zu lange oder hintereinander weg. War schon schön. Gute Zeit. Man könnte aber auch sagen, irgendwann hat man den Death Bank gegeben. Das ergibt den wohl auch nicht mehr. Also, es gibt keine neuen Death Bank Spiele, nur so weit ich weiß, aber hey. Er ist ein glorreicher halt gewesen. Haben wir hier wieder mehr arktische Entdecker-Klamotten drin? Jep. Arktische Entdecker-Paka. Ja, man kann dieses Gebiet definitiv auch vorher machen, aber ich meine ich meine, die meisten Drops, die sind mehr damit er festgelegt. Das heißt, wenn man noch mehr also noch früher macht, wir machen es ja zumindest schon mal vor dem Draht wohl. Das heißt, der letzte letzte äh, nicht Dungeon, aber der letzte Stück des Spiels ist unter Umständen ein bisschen einfacher, als man denken würde. Ich glaube, ich glaube, ich gucke. Ich weiß nicht, warum ich solche Probleme habe, das Feuerding davon zu schießen, aber... Wenn ich Spinnen nicht so furchtbar fände... Ach, so schön, dicker Stiefel... Noch ein Mammut-Ding... Stärkeres Mammut-Ding? Wir haben doch schon einen Zahn gehabt... 970... Plus 107... Okay... Noch stärker der Teil... Ich meine... Theoretisch schwächer hier drin... Okay, ja... Das ist auch richtig, aber... In der Theorie... Holy moly... Moment... Der Taco halt nur 550... Okay, damit... Langsam reicht's hier... Wahrscheinlich muss ich ihn erstmal da rausnehmen, so... Dann weg damit... Ja... Das ist halt 600... Das ist auch irgendwie viel zu schwach... 1200... Das ist schon mal okay... Pizza halt ein Tausender... Gut... Deswegen esse ich so gerne Pizza... Weil ich weiß, dass die mich um 1000 Punkte heilt... Ist halt wenn das so funktioniert... Wie ich gerne hätte, dann ist das super Technik... Aber irgendwie klappt das immer so beim... dritten dritten mal ungefähr dann funktioniert das so wie es gerne hätte macht aber nichts es ist so schön dass es jetzt wieder funktioniert hat genau in dem moment wo wir bei den grims angekommen sind sonst hätte das ein längerer kampf werden so war das wunderbar ruhige tempel da oben was mir auf jeden fall gefällt dass das hier viele gegner gibt wenn ich am ende des lps immer noch nicht 3000 voll habe dann werde ich halt quer durch die welt reisen wir das selber holen kann ich nämlich mit flug und recht behaupten ich habe das direkt so weit durch wie es halt umgeht ihr seht übrigens er ist level 21 der hat halt schon so ein bisschen mehr drauf was man denken würde also nicht mehr als das aber ein paar ein paar fässer die mitten im mitten in der wand drin stehen aber manchmal ist das halt so ja wir haben hier noch ein paar gegner mehr als man denken würde vielleicht definitiv ist mal wieder das passiert was ich eigentlich nicht haben wollte dass meine technik nicht durchkommt aber egal eine gute alte pizza essen dann geht das schon das war das Dafür würden wir jetzt halt eine Trophäe kriegen Naja, wenn ich es nicht schon mal gemacht hätte Äh Ich glaube ich muss den ganzen Weg hier wieder rausrennen Kann das sein Allerdings interessanterweise Die Quest ist in dem Sinne noch nicht vorbei Also nur in dem Sinne Dass wir sie noch abgeben müssen Aber das ist der Attacking Tree gewesen Mit ganz vielen Gegnern Ich muss jetzt ernsthaft wieder alles rausrennen Ah, Gott sei Dank Hallo, guter Möng Ja, und er so Alles klar, was auch immer Damit erhalten wir Shanks mega blutige Motorsäge Mit dem selben Text, den es halt schon mal gab Und Ja, in der Theorie ein bisschen besser als das Ding Nehme ich es dafür noch Aber Alswaffentechnisch brauch ich das Ding da sowieso auch nicht mehr Weil das ist alles viel viel besser Das war Die DLC Quest Und Große Teile der letzten Quests, die wir überhaupt noch machen müssen Ich habe keine Ahnung, warum man diese Dinger finden kann Weil ich nicht weiß, wie ich die jemals gut einsetzen sollte Ähm 157 Quest Ich meine, das ist das Ende Und das sind jetzt die letzten zwei Plus vielleicht, falls wir auf dem Nordpol noch mal welche finden Und noch mal ein paar andere Aber Es geht mit großen Schritten dem Ende entgegen Ich hoffe, es hat euch gefallen Das war, wie gesagt Die DLC Ich habe keine Ahnung, wie toll das Ding war Ich tippe Oh Und hoffe Mal auf Euro, aber egal Und beim nächsten Mal So Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.